So meine Freunde, die Monster am Start für euch mit dem vorletzten Trading Card Opening für das Online Trading Card Spiel. Zumindest für diese Bestellung wird es auf alle Fälle nochmal ein paar Videos geben. Wenn ihr das gerne anguckt, dann lasst auf alle Fälle ein Like da, denn mir macht Spaß die Dinge aufzumachen mit euch. Und ich denke mal ist das ganz interessant für euch, wenn ihr mal seht was da so drin ist. Wir haben Unlicht Energie, Gladiantri, wir haben Grillmag, wir haben Honryu, wir haben Iskala, wir haben Gladiantri nochmal, wir haben Evo Brause, wir haben Ivo Miese, wir haben Oliver, wir haben Calamanero als Rare, Lado ohne Hulu. Ich bin gespannt, ich will noch unbedingt mindestens in der I-Excorder bei 20 Boosters ziehen und da haben wir auch schon einer. Wir haben Diktar, wir haben Eneko, wir haben Flauschling, wir haben Sodamag, wir haben Vegimag, wir haben nochmal Duoclass, wir haben Puponcho, wir haben einen Superball, sehr schön. Wir haben nochmal einen Fiaro als Hulu, richtig nice. Und wir haben nochmal Besaflor, Mega Besaflor-EX, da haben wir jetzt schon zwei damit. Und mal gucken, vielleicht werde ich mal mit Fabian irgendwas tauschen, wenn er die noch nicht hat. Ansonsten werde ich mir irgendeine andere Mega-EX-Korte holen. Wahrscheinlich Mega-Glurac-EX oder so. Ich habe auf alle Fälle auch sehr, sehr viel Bock drauf. Wir haben auch noch als Hulu, oh, richtig geil, richtig, richtig geil. Wir haben Grill-Mack, wir haben Energie, haben Spoink, Toxipad, noch Wasser-Energie, Pummel als Hulu, Dodri, Schattenkreis, den Superball und Veggie-Cheetah als Rare mit Rare Outlook, auch sehr, sehr geil. Ich hoffe, ich habe erzählt, auch Klim, wir haben schon so Mega-Bisaflor-EX hier drin. Wir haben Du-Do-Do-Do-Do-Do-Do-Do, Energie, Ladybark, Paragoni, Praktibike. Wir haben Schwalbini als Hulu, wir haben nochmal Amphizelle, Inekoro, wir haben Team-Flair. Und wir haben nochmal Mega-Bisaflor-EX, wir haben das jetzt schon dreimal. Richtig krank. So, sechs Muskel sind es noch. Wir haben Froxie. Sehr schön, das braucht man nämlich auch. Grammokles, Muschalsstern-Duo, Zorroar, das ist doch auch cool. Dartignis, wir haben das Muskelband, wir haben unvermütliches Amulett. Wir haben Bibur als Rare. Und wir haben noch mal Knutluf als Holo. Auf alle Fälle nicht schlecht besetzt, nicht schlecht, was wir so bloß jetzt dran haben. Dartiri, Fehlenergie, auch perfekt, endlich wird mir meine Energie voll. Fünx, Irbis, Stern-Duo, Flauschling, Lunastein, Professor Platan, Supertrank und Krill-Cheetah. Dartiri, das ist schon achtmal Dartiri, Porphy, Rettan, Spoink, Vegimag, Rollum, Rote Kotte. Das sind doch schon auch eine übelst böse Kotte, ey. Sana, Sana als Holo. Ne. Rock-Kai-Mann als Holo. Irgendwas als Holo. Und Bilifas. Warum meine ich nicht? Drei Booster haben wir noch. So, Eneko, Gramokless, Pumeluf, Skopel, Zorroar nochmal, sehr schön. Nochmal ein Gramokless als Holo. Amphyself, Brief vom Professor, nochmal ein Grabbit. Und nochmal ein Stormy, sehr schön. Garnovel, Grimak, Pumeluf, Sodamac, Joklev, Lunastein, Pantymos, Sonnfeel, Kokuna als Holo und Knudeluf nochmal. Und der letzte für heute. Wir haben Eneko, Garnovel, Grimak, Rettan, Sterndu, Ivo Brause, Feenbeet, Routena haben wir nochmal. So schon ein paar. Belieber, also Top-Belieber. Und Reitschu als Holo. Wobei ich das wahrscheinlich schon vertauschen werde gegen irgendwas anderes. Denn, ja, wir haben ja schon in einem Video gesagt, dass Reitschu als Holo nicht wirklich so meins ist. Und ich bin mal gespannt, was ich dafür anbieten kann und was ich dafür kriege. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal im letzten Video für diese Einkaufstour. Ich werde mir auf alle Fälle, wenn ich es nicht schon angeboxt habe und gemacht habe, die Tinboxen für die 3 Einer-Starter holen. Und auch die Codes dann eingeben und mit euch zusammen unboxen. Ja, weil macht das Spaß, diese Karten-Unboxings. Wie gesagt, es gibt ja dann noch bald diese Trading Card Game Online Matches von mir, wo ich euch erstmal zeige, wie das Ganze funktioniert. Und dann noch wahrscheinlich gegen Fabian und Abonnenten spiele. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Unboxing-Video. Bis dahin, haut rein und ciao.